und somit herzlich willkommen ja ihr habt richtig gelesen ja oddloss 2 auf euren nacken geklatscht das werden wir jetzt auf jeden fall mal spritze spielen ich hab ja schon mal oddloss 2 gespielt so wie ich hatte ich euch schon mal gesagt und ja tuni du wirst das video auf jeden fall gucken ich hab ja euch mein auto schon mal gesagt es wird irgendwann mal oddloss 2 kommen ja ich hab es ja damals schon nicht spiel wo ich es euch erklärt habe ein auto und jetzt ja oddloss 2 ja ich hoffe es ist bei dir schön dunkel im raum auch für die anderen leute die das video gucken es ist hoffentlich schön dunkel in euer raum denn jetzt spielen wir oddloss 2 die demo los skates here let me try a version that can serve as an intro for the whole piece tell me when we're good okay uh we're good two weeks ago a young woman was found wandering barefoot pregnant and alone on a barren stretch of highway a hundred miles from the nearest oh the fuck did you see that we lost the engine fuck fuck eh mein ja ey kappe es war kurz nun Tom or swissler blau gespielt und das war schon hart også last 2 willkommen meine welt Linh! So, die Kamera will ich euch gleich mal weiterklären. Was auf, die Kamera kennt ihr ja von den alten Teilen noch. Und in rechts in der Ecke, die gefällt mir, 50 Mbit, 1029 x 1180, wahrscheinlich Full HD Kamera und in 60 Frames. Super Kamera. Noch flüsser jetzt nicht. Oh ja. Und natürlich hat sie auch, war für die Nacht, Nachtsichtgerät war schön grün. Da kommt der Feeling ganz gut rüber. Ja. Wahrscheinlich. Weil wenn ich nichts ausmache, sieht er nichts. Aber wenn grün ist, ist er natürlich besser. Dann macht man hier auf die, die macht man auf den Puff hier. Ja. Ich will schon, was hier passiert, weil ich kriege ich schon, äh, ja. Ich hoffe, es hat sich nicht so alt viel verändert. Weil auf ein paar Sachen bin ich vorbereitet. Vielleicht haben sie auch schon wieder neue Sachen eingebaut. Kann natürlich auch sein. Weil dann wird es ein bisschen schwierig. Schwierig. Ach. Alter, macht er auch keinen Scheiß hier mit mir. Wie haben wir es jetzt genau im Spiel? Null Uhr. Wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Alter, der stinkt, Alter. Geh dich mal waschen, Alter. Oder auch nicht. Ja. Hier war ja noch so eine schöne Tür. Alter. Alter, wer war denn das? Alter, äh, hier vor die Krüger, oder wat? Leck mich doch am Arsch, ey. Na, hier haben wir wieder eine schöne Tür. Die können wir nicht aufmachen. Äh, okay, die da können wir auch nicht rennen. Ach, Leute, ey. Leute, Leute, ey. Oh, boah. Der krasse, ne Spürger, egal wo du hinrennst. Überall siehst du ein Kreuz. Egal wo du hinguckst. Überall ist ein Kreuz. Ja, erstmal rindkotzen. Stinkt, wa? Na, mein Gott, ist doch nur eine Kuh, Alter. Oh, mein Gott, ey. Ja. Ach, ist das geil. Unverständlich werden wir gleich krapieren, Alter. Ach, herrlich, ey. Diese verfickte Spür, ey. Na, wollen wir mal hier rindigen? Soll's nicht klopfen, soll's rindigen. Komm, mach das zu, die Hütte hier. Oh, ne schöne, leckere Batterie. Spinnig, oder wat? Ja, siehst du, überall ist ein scheiß Kreuz. Fucking Kreuz. Na, komm, lad mal nach hier. Ah, hier können wir auch schön spritzig verstecken. Eigentlich hätten sie auch eine Kamera einbauen können, ähm, mit einem langen, ähm, mit einem langen Akku-Gerät. Oder Ladegerät. Aber geht auch mit Batterien, warum auch eigentlich auch nicht? Ey, da warum knistert hier alles, ey? Können wir da rindigen? Und wie steht jetzt irgendwas hinter mir hier? Oh, ne schöne Tür. Ah. Drecks wie, Alter. Ja, was ist das hier, Alter? So ne heilige Scheiße hier, Alter. Christus, Amen. Jesus Christus. Ja, ist wahrscheinlich zu, äh... Diese Scheißtür, ey. Ah, da kommen noch auf hier in den Sack. Ja, wahrscheinlich da durch, äh... Wohin noch sonst? Ach, da waren paar Aufklever... Äh, Aufklever sag ich schon. Ein paar Zettels. Äh, da kommen wir wahrscheinlich gar nicht hin, weh? Äh, 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 äh... Gehen wir weiter. Belastend. Hier haben wir wieder ein Kreuz. Hier haben wir auch ein Kreuz. Da ist auch ein Kreuz. Hier haben wir auch wieder ein Kreuz. Da ist auch ein Kreuz. Und hier ist auch ein Kreuz. Da ist auch ein Kreuz. Hier auch. Da ist wahrscheinlich auch eins. Hier auch. Es verfolgt uns einer. Diese kleinen Hohensöhne. Satanas. Inimikal. Da. Und ein Rabe umdruf. Sehr schön. Wahrscheinlich geht es da runter. Ja. Wahrscheinlich geht es da runter. Ja. Rein die. Trockene Höhle. Lusttrommel. Das ist doch eine Freddy Krüger Maske. Ey, da könnt ihr mir erzählen, was er wollt. Warte mal. Das ist doch hier. Ach man. Wie heißt denn? Ich komme jetzt nicht drauf. So eine Taufe für Kinder. Hier so. Ach. Mal beheißen, wie das heißt. Aber ein bisschen heftig. Da war ein Kind drin. Keiner. Druck auf ein verkehrtes Spielern. Wahrscheinlich. Was ist das, ey? Ist ja ekelhaft, ey. Ich hasse euch. Ja. Wahrscheinlich geht es da weiter. Ja, warte mal. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Oh. Also doch da lang. Verdammt nochmal. Ist mir irgendwie zu ruhig, ey. Irgendwie gefällt mir das nicht, ey. Der Brunnen ist geil. Der Brunnen ist heftig. Oh Mann, oh Mann, ey. Warum muss ich immer so was spielen, ey. Ach. Ach komm, Alter. Scheiß drauf, ey. Geh doch da rin, Alter. Ich liebe diese verdammten Games, ey. Oh Mann, Alter. Der Todrickmove jedenfalls. 2 Dosen 17, ey. So, dann werden wir uns hier nochmal ein kleines Stück fortbewegen. Alter, ich muss die Kamera anlassen, ey. Sonst bin ich hier blind wie ein verfickter Maulwurf. Jawoll. Geht ja mal wieder voll gut ab. Und hier, was ihr jetzt zum Beispiel da links sieht, jetzt dieses LR, das ist die Lautstärke von der Kamera, ob die nun von links oder von rechts kommt, auch nicht schlecht. Wir haben es jetzt halbzieben, wahrscheinlich morgens. Wir sind hier wahrscheinlich in einer Schule. Map of the World von Juni 92. Also, wir spielen hier ein Spiel von Juni 1992. Oder in den Jahr, was wir hier spielen. 1900 fucking 92. Ist hier auch Berlin drauf? Ja, ganz, ganz fein. Sehen Berlin. So, was haben wir hier? 1995, 1996, steht da Winterkonzert. Pascal Morin. 12. Dezember, 20. Februar, Ticket 5 Dollar. Katholik School. Eine katholische Schule. Ich werde bekloppt. Jetzt weiß ich auch, warum hier überall so eine Dinger hängen. Kreuz. Oh ja. Eine katholische Schule. Ach, guck mal da. Wie geil. Es heißt nicht Microsoft, es heißt, ja, 95, äh, SoSoft Chassis. 95. Wahrscheinlich eine Bündnis 95 CD. Wie geil. Warte mal hier. Englisch. New Edition. Äh, Diskette haben wir hier noch. Fernbedienung. Alter, eine katholische Schule, Alter. Ich werde bekloppt, Alter. Essensmenü. Mmh. Lecker Schmecker. Zucchini, die sich hier, äh, Grape. Milk. Apfel. Toast. Mixed. Sehr schön, sehr schön. Hier ist nochmal der gleiche. 1995, 1996. Audidell-Konzert, 95. Kann man hier auch den Namen lesen, auch, äh, ist sehr geil gemacht. Oh, Mann, Alter, in einer katholischen Schule, Alter. Ich werde bekloppt, Alter. Jo, würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp und machen auf jeden Fall in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also, haut rein, bis dann.